diese geräusche war er komplett ein bisschen hier über die strecke düsen und dinge tun uns gegenseitig und das hier ja wir haben schon so meinst du hast aber nicht immer wieder runter ich will komische steuerung schwierig steuern dass man jetzt schiebt hat auf den green screen natürlich spielen kannst ist okay das war ja das ist anscheinend fehler der immer noch nicht oben wo noch nicht mehr ich habe nichts vor zu langen macht nichts das wichtige für geräusche machen wo war denn noch mal so wenn ich nicht gewinnt wir machen nämlich noch gott erst mal ein paar sachen im weg stellen mal lass mal die schnelleren überholen macht man so im rennen wie hast du davon wenn du nicht aus dem weg fährst entspannen euch ja ist klar danke thema gut aktion ich habe nie werfe ich bin schon gefahren oder weg schon das ist kein problem das kriegt man eine perfekte runde diesmal wahrscheinlich die erste und einzige ja natürlich wieder auf den scheiß jetzt doch nicht diese geräusche das habe ich unterschätzt ja das ist leicht rutschig also ja knapp das ist alles knapp aber knapp ist gut spannung und spannung ist gut wir haben kein ende mehr darum doch da hallo 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 die geräusche nicht einiges nicht mit dem ding das ist richtig das ist richtig das ist richtig das ist richtig oh war nicht gut tschüss bye bye das ist die zeit los und 10 sekunden ganz entspannt ja ganz entspannt fahrt ja auch hast mich mal vorbei Video aber lass mich bitte mitspielen das ist gut ja ich weiß jetzt schon wo ich das hinsetze nein nein du bist doch des wahnsinns jetzt hör doch mal mit einem geschubst aufgaben er ist nicht anders verdient man kommt weg kann sie entspannt waren gemacht will ich genau ich hatte noch mal hingestellt ich habe auch damit gerechnet da musste gas geben ja wieso darf er denn noch mal weil er auf den gelandet ist in uns rein oh gott ich weine scheiße wieso bin ich ja auch gemacht hat es gar so kannst du dann wieder nicht weiß ja ja schaffst du das glaube ich so ganz einfach die stelle haben wir gut hingekriegt ja super nicht auf das alien schießen wo hat denn sonst doch 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 so nämlich du erfreund plötzlich er tot plötzlich seiner tod jetzt hat er wieder nächstes für sich konzentrieren weißt du der will wer jetzt jetzt wieder einfach gewinnen zwei haben also wurde ernst wird ein eisding da war ich zu vorsichtig hara jute macht aber gut gemacht ja auf meinen händen kannst du jetzt ausrutschen die sagte es ist ja dann machen wir noch mal im umstand sicher das war eben ja ein bisschen xp abschrauben ich kann sie greife level 27 hat mich ganz bereit wir haben auch schon definitiv nicht das ufo noch mal ich nehme dann noch den habe ich noch nicht wie so einfach weil er jede tierne so direkt mal so aber alle spaß am anfang hallo 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 ich bin einfach gerade ausgefahren ja natürlich habe ich gesehen ja wenn du mir da eine quere kommen ist ja das war natürlich mehr spaß wie ich sehe und zeige dir ob sie langsam den monster truck entschuldige mich förmlich mein hass galt eigentlich den p schuldig natürlich war hier so lange meine mauer und wissen das weißer und ihr seid wieder hier so bückel verkehrsraudis immer vorsichtig mal man schafft es zu groß gute runde ja aber haben wir gut hier kriegt drei super lupins super lupins immer warum dann mach du da dran ich kann nicht nämlich mal kurz als bremse das mal mit einem aufgeräumt noch andere leute ich krieg kein schleim hier waren noch ja man kann es auch da alleine rein fahren damit überhaupt sich ein korn der schubst du nicht ausgemacht also ganz entspannend total ganz lockere runde immer wieder ich habe auch was automatisch dann bekommen meine güte interessante strecke diesmal wir brauchen mehr als flächen von dem scheiß ventilator auf die linie flogen vorsichtig ist der mit euch warum so aggressiv hier wird geschossen in den krieg spazierfahrt hier genau gut gebeten platzierfahrt du machst auch alles außer gemütlich da sie sich als gemütlich empfinden hast du nicht zu beurteilen auch schon mal nicht ich bin natürlich bist du hast schuld ist ich ja ich bin ja weg hallo du brauchst du nicht wiederkommen ich bin weggegangen ich habe das getan was du wolltest ich bin weggegangen hier alle unfair ja genau wer denkt der toto stil unfair einfach mal ein leichter lassen da weiß der bescheid wird immer länger nee er recht hallo hallo ist der mit euch ihr müsst mal echt irgendwie entspannt fahren hier nicht aufregen einfach fahren das super machen ich wollte einmal nur geradeaus durchfahren habe ich gesehen du einfach nur gerade bist nicht eingefahren jetzt stehst im timo im weg weiße ihr schubst und drängelt und dann beschwert ihr euch auch noch das hat nicht funktioniert ich falle mit und hier kommt einer von links einer von links aber ich bin auf schultern oder man ja klar tritt es mich voll mit einer scheiße da jetzt auch noch ich dachte mir ist ja ein bisschen entspannt mit freunden durch die gegend mehr aber so na du fängst doch an um zu stressen immer was lasst mal gemütlich eine runde spielen haben sie gesagt hauptsache ich bin jetzt gemütlich gefahren ich habe quasi nichts gesagt na ja ich meine hast kanalisiert auf toto hallo lasst das sein ablössung ich bin da einfach nur gespawnt war kann ich denn dafür ja wenn denn sonst wer ist denn da gespawnt du sagst du doch das ist ja ich bin da einfach nur gespawnt war kann ich denn dafür ja wenn denn sonst der erste ist timo gewinnt ja habe ich sowieso schon ja aber noch kann es dann das geben wenn wir auch besser als du ja ich bin schon einmal sehr zurück ist mir egal das prinzip hier ich mache überhaupt nicht ja du bist viel ist aber definitiv nicht unschuldig mein freund mit der hammer irgendwo auf steine blocken klein und unschuldig mein klein 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 und gemein timo verabschiede sich von timo nochmal sagt mal timo in den kommentaren und viermal timo seht ihr euch meinen neuen kanal in der video beschreibung bis dann timo 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 timo